Ich bin so low, ne? Ist das Flash, ist das schon? Ja, hat Flash. Elena hat Geburtstag. Wieder ein Jahr älter, dem Grabstein näher. Mach dir mal Gedanken, wie du es mit deinem Testament regelst und so. Als ich das letzte Mal gesehen habe, war es schon ein Bild der Trauer, gesundheitlich. Ja, schaut, dass du das geregelt kriegst und... Seid Erfolg. Was habe ich denn hier für einen Snack? Und zwar habe ich... Honig, Senf und Zwiebelringe Brezeln. Wä? Warum habe ich das? Report so was, arrogant, little, washed-up-player, disrespecting his entire team. Drei Honours gekriegt. Sag mal, Pro-Player... Die denken, ich bin so was, ne? Das Gegnerteam flämt mich. Drei Leute honorn mich. Obwohl ich gespielt habe wie eine Garbage-Can. Was? Achso, das ist sowas. Lol, dat ist sowas. Natürlich, GPT... Wir haben gegen sowas gespielt. Lol! Der geht gut sportlich, der geht gut durch den Match durch, ne? Hier, vorne kommt ein Match raus. Aber die Kanone ist mir zu klein, muss ich sagen, ne? Dat ist nicht imposant. Ne? Hm... Ich bin mal ehrlich, ne? Was ist das denn? Aber das Modell hier... Das ist schnittisch, ne? Das ist schnittisch. Was? Beziehungsweise bist du gut in Mathe? Das war meine Stärke, ja, tatsächlich. Aber jetzt... Ich bin... Mittlerweile bin ich mehr so... Pudding. Du liebst heute auf dem Challenge-Account. Ich habe 2-3 gespielt, also 3 verloren und 2 gewonnen. Und habe plus 10 LP gemacht. Ey! MMR! Let's go! Bitte pick Mauka und nicht GP. Das wird eine sehr gute Entscheidung. Oh! Ich glaube, er kommt zum Gangplink-Spiel, Jungs. Wo ist er? Wo ist der Plink? Ich glaube, wir kommen zum GP-Spiel. Oh, ich sollte auch hier mit Resolve spielen, damit ich nicht so dive-anfällig bin. Gerade Conditioning ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber den Router... Hättest du den nicht ein bisschen früher neu starten können? Du hast ja bestimmt eine dynamische IP. Und da war ja relativ wahrscheinlich, dass da irgendwas mit der IP zu tun haben könnte. So, in der Linie Dropback. Da hätte man vielleicht durchaus ein wenig früher den Router restarten können, anstatt da 20 Minuten zu warten. Dann werden wir einen Goldsack bekommen. Jetzt kommt das Lotto. 75. Gimme! Oh! Baby! Let's go! Control Wurzeln! Oh, der könnte trotzdem tot sein. Ähm... Fiesta, Fiesta Mexica da... So, okay, ne? Watch this play, watch this play, Bois. Okay, ich wollte ihn in den Turret ziehen. Ah, leider. Da wäre jetzt noch das maximale für jetzt der Play gewesen da. Das wäre jetzt noch das maximale für jetzt der Play gewesen da. In der Finger... Gas. Ha! Exzellent, Bois! Nein! In meinem Kopf sah das so schön aus, das Play. No! Das sah das so schön aus, in meinem Kopf. Oh, ho, ho, ho! Oh, letterhead! Jetzt fühlt er sich gerade sicher. Ein großer Fehler. Fuck. Ja, eigentlich komplette Link-Control hier jetzt aber. Ja. Dieser Gang-Blink! So boosted! Holy shit! Oh, das ist ein guter Pod jetzt, ja? Der gibt uns einfach Leben, ne? Ja, du? Niiiihihi! Niiihihi! Hä? Nur mit der Hexenlache darf man SG4-Solo-Fails machen. Denkt immer daran. Doil! Oh, ich brauche sonst nicht mehr. Noch? Machos. Neeihihi! regeneration, nicht nur wieder hin! Das ist ja ... hm, ich hab noch kein Transcendence dabei, ne? Lädt der Bild so ein bisschen an Wirkung. Alter! Nee! Ich kann's nicht glauben. Ja, was are you doing? Der Maokai! Man kennt ihn, den Gursch. Ja, mein, der Jax will auch noch, gell? Schön. Was? Nein! Nein, ich hab den Auto gecancelt. Oh mein Gott, ich hab den Auto gecancelt. Der Jungler ist nicht da. Oh mein Gott. Diese Schachzüge. Ja, die Top Wave abwarmen. Wunderbar, die haben den Flat auch noch irgendwie gecancelt. Ich hätte da zweimal den Brand haben können, ne? Mit einem One-Part, wenn ich ihn korrekt mache. Aber in einem richtigen Game One-Parts zu machen, ist so schwer. Hat die wirklich verfehlt? Hier, Tristana? Wer denn den? Ich hab die wirklich verfehlt hier hinten. Ich musste mich vorne konzentrieren, ne? Und hab dann nicht hinten auch noch geguckt. Das war der One-Part. Das war der One-Part. Nehmen wir noch einen One-Part raus. Kommt der Brandsforn gleich, ne? Ne halt, der Brand ist tot. Oh, schade. Der One-Part geht aber nur, wenn man die Pure-of-Max-Range aufbillt. Genau, das ist das Problem. Du musst praktisch in einer Position sein, in der der Winkel sinnvoll für dich ist, mit Max-Range zum Barrel. Das ist halt sehr, sehr selten möglich in Wirklichkeit. Aber manchmal kriegst du halt mit einem One-Part-Kills, die du sonst nicht kriegen würdest. Ich glaub, ein eingeflashter One-Part geht auch nicht. Also, dass du praktisch das korrigierst dann. Dass du es schießt und dann korrigierst. Ich glaub, das ist so.